Musik Ja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Jetzt gerade erst mal dreieinhalb Stunden hier die Garage klargemacht mit dem Kärcher. Eine Heidenarbeit, aber sie ist sauber geworden. Wenn ihr euch erinnert, hier war alles voll mit Schotter und Dreck und Zement. Hier kommt die neue Tür rein, aber jetzt ist eigentlich erst mal alles sauber. Und dann mal gucken, was wir hier mit dem Boden noch machen. Der Boden hat ein paar Risse und so, da muss ich mit einem Architekten reden. Ja, hier soll schließlich so ein industrieller Kunstharzboden rein, aber mit diesen Rissen und klingt auch etwas hohl hier unten drunter. Keine Ahnung, ob man hier eine Decke drüber legen kann. Ja, wir werden zerfahren. Jetzt muss erst mal der andere Keller leer gemacht werden. Der steht noch zurück, da stellen wir alles rüber und dann wird der hier leer gemacht. sauber gemacht, meine ich. Und das im besten Sommerwetter, ein bisschen mit Wasser spielen. Judith spielt draußen mit den Pflanzen. Ja, harte Arbeit. Ja, aber das wird nicht die letzte Arbeit sein, die hier auf uns wartet. So für eine Hilfe. Ja. Dann werde ich jetzt mal anfangen, die Sache rüber zu tragen in den anderen Keller und dann wird hier klar Schiff gemacht. Die Pflanzen hier, die müssen wir dann weg tun, damit das Wasser hier abfließen kann. Und mit den Dornen, boah, sind das Dornen. Darum ist die Pflanze ein Christusdorn. Oh, okay. Mit den roten Pflanzen, wo man Beine sind hat und für den Handschuhen. Ja, Judith gibt Gas. Bis aufs letzte Blut. Und wilder Wein wächst da auch noch. Gut, Fokus. Hier muss alles gemacht werden. Eieiei, aber dieser Garagenraum hier sieht eigentlich schon wesentlich besser aus. Der Architekt sagt, der muss da oben, ja, da oben muss eine Isolationsschicht, muss da hin. Ja, oben am Rand, das sieht man, ja, da wo die Decke aufgesetzt wurde. Ja, wenn wir nochmal rundherum ein bisschen buddeln und dann isolieren, von außen und von innen. Okay, es gibt viel zu tun, fang schon mal an. Ja, bis dahin. Ja. Ja, bis dahin. 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 Ja. Ja. Leute sind welche aus? Ja, das macht ein was. Ja, bis dahin. Septで, n troch dercr다는 2-Takkai. Wirddak uns im L corden, Herr Schmidt? Hallo! Guten Tag Herr Schmidt! Hallo! Was machen Sie denn da? Krach und ich bin nass. Ja, und was ist der Zweck Ihres Tuns? Ja, die Garage ist einfach tierisch alt oben am Rand, die müssen wir abdichten. Und ja, da ist Wasser eingedrungen über die Zeit, hat auch die Farbe hier aufgelöst. Die schlägt ein bisschen glasig, wie man sieht, selbst mit einem Hochdruckreiniger kommt die Farbe schon wieder runter. Ja, die Garage einfach so sauber wie möglich machen, dass man sie mal irgendwie von innen auch drüber streichen kann. Die Garage wird natürlich auch von außen isoliert oben an diesem Rand. Ja, diese Fehler gibt es eigentlich am gesamten Außenrand. Der Garage hier gibt es das nicht, weil das ist ja die Mittelwand in der Garage. Ja, das ist auch ja, weil diese Wand direkt an die Erde grenzt. Ja, ja. Und dort ist auch ziemlich feucht. Ja, und die Feuchtigkeit ist halt oben durch die Platte eingedrungen, das müssen wir von außen auf jeden Fall noch isolieren. Und jetzt kümmere ich mich darum, dass hier die Garage erstmal sauber ist. Erstmal die Wände und dann den Boden. Und dann haben wir das ja schon gemacht. In der anderen Garage, ja. Das ist ein bisschen was zu tun. Hier in der Garage, hier könntest du zum Beispiel das Unternehmen. Das wäre toll. Das tue ich doch gerne, hier die Kamera. Das gehört zu den Aufbauern ins Kameramann. Hier oben. Boah, alte Arbeit. Ja, alles wieder gut zum Schluss. Alles wieder gut. Im Moment ist das so was von Ola, von Ola und alles. Auch das Haus oben und so. Ja, wir müssen einfach mit einer Ecke anfangen. Schritt für Schritt planen. Und jetzt machen die Garage fertig. Unser Container kommt nächste Woche. Und dann haben wir höchstwahrscheinlich eine Möglichkeit, unsere Sachen hier zu lagern. Bis es ausfällig ist. Ja, so sieht es aus. Ja, gut, dann noch viel Glück. Ja, dann mache ich noch ein bisschen krank hier. Sehen, dass sich die Spinnen nicht so sehr stören. Ich habe da schon ein paar aufgesteuert. Die müssen sich einen neuen Platz suchen. Flächengrosse. Ja, die müssen sich dann einen neuen Platz suchen. Am besten ausserhalb der Garage. Ach, die Garage ist auch okay. Aber erstmal muss es noch die ganzen Schwingen weg. Wenn man bestand was da und seine großen. Ja. Ist da eine drin? Da sind bestimmt ganz viele drin. Ja, ich muss dein Mess kaputt machen. Es tut mir leid. 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 Ja, ich blocked mich inplic- mir leid. Wenn ich raus dipfiff, ich nehme contin- Fund ist ausdrücklich. Schmerz. Und jetzt mentor in Freunden. Ich kw актив, Und jetzt Platform. Untertitelung des ZDF, 2020